Die Hohen von oben oder welche hast du gezogen? 4.000er oder 6.000er? Ich glaube, ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Hast du die 6.000er oder die 4.000er gezogen? Die 6.000er. 6.000er. Weg dort. Oh, ich sehe jetzt einen einzelnen vor mir auf Halo 50, der zwei Maschinen hinter sich herzieht. Ja, das könnte eventuell nicht sein. Oh, nein, das sind drei Spittys, drei KI-Spits. Ja, und ich bin davor, genau. Wenn du mal ein Stück guckst. Okay, dann versuche ich mich dahinter zu setzen. Ja, ich sehe dich schon reinkommen, glaube ich. Aber, oh, die Kurven herum. Zwei Kurven herum, die andere folgt dir, glaube ich, noch. Oder? Ne, nein. Die folgen dir noch immer. Auf dem Relaten. Wird der Server jetzt... Wird der Server eigentlich neu gestartet gleich? Wie ist das? Ist das wegen dem Event? Kann sein, ne? Wegen dem Event. Oh, Eger! 11 Uhr. Drum, äh, drei Maschinen in der Formation. Siehst du dich? Egeri, ich sehe dich nicht. 11 Uhr, 10 Uhr. Jetzt aus bei der Karai. Ich komme langsam ran, ich habe leider schneiden müssen, aber ich... Du hast sie jetzt noch in deinem langen, langen Sex. Da, jetzt sehe ich vier. Ich bin mal bei Wieser. Eger, 9 Uhr, hast du dich? Nein, habe ich nicht. 9 Uhr, genau unter uns. Jetzt über den Fluss. Okay, folg mir einfach rein. Ich sehe sie nicht, du. Ja, folge mir. Ja, ich folge dir. Dann müssen sie genau vor mir sein. Ah, jetzt habe ich sie. Okay. Okay, die machen was. Ich gehe an, wie die Rollhaut spricht. Ich komme nicht wirklich ran, irgendwie. Ja, ich komme nur noch 400 km schnell. Was? Ich gehe auf die mittlere. Mit Lisa, ich treme über Lisa. Ja, nicht zu stark. Ich komme jetzt langsam wieder ran. Da bin ich schon in kühler halb zu. Einer dreht da weg, oder? Einer, ja, einer macht irgendwas komisches. Das bleibt aber noch immer dran. Also ich weiß nicht, der hat nur irgendwie so einen komischen Hai-Jo-Jo geflogen. Ich nehme mal den oberen da vor. Also die 4.000er werden wir noch nicht im Tramikur. Die 4.000er sind jetzt durcheinander gepflügt. Hier, Graf und Radar. Macht noch einer in Dupingland. Einer. Doch die sind weggebrochen jetzt. Danke. Greift hier gerade die Radarkontakte an? Ja. Habt ihr einen an Öl geschossen? Das ist aber sehr gut. Pass auf, die anderen stürzen hier nach. Ja, sehe ich, sehe ich, sehe ich, sehe ich. Ja, Viktor, ich drücke an. Können nicht folgen, fallen jetzt ab. Oder fällt jetzt ab. Ich sehe aber keine hinter mir. Ja, ich sehe eine weit über mir und hinter mir, aber sonst bin ich, glaube ich, ziemlich frei. Ja, hab ich gerade gemerkt, dass das hinter mir ist. Bist du schon am Wald vorbei, auf Westgruß? Ja, ich bin jetzt an der Nordspitze vom Wald quasi. Ah, ich glaube, ich sehe einen, ich sehe zwei Kontakte hier. Ich glaube, das bist du und die Spitze. Oh, du hast beide noch immer an dir dran. Ja, genau. Ja, ich sehe euch. Flak schießt, ich versuche jetzt hinter dem Hinteren reinzukommen. Achtung, Käger, der kommt zu dir. Ja, vorbei. Viktor, kümmer dich nur um die eine. Jo. Okay, der einen habe ich beschossen, der hat Öl, der andere macht irgendwie sehr eigenartige Dinge. Viktor, danke. Ja, den anderen sehe ich. Er hat auch Öl. Ja, auch Öl. Danke dir, ja. Perfekt. Oh, kann ich gleich in Landeanflug sehen, ist das? Gehen. Ja, die Flak ist ja auch ganz schön übel. Oh, ich sehe eine 109, die gerade irgendwie die ganzen Hurries zieht, so wie es aussieht. Juhu. Irgendwo Wolken, ich kann mich überhaupt nicht orientieren. Die Harry-Eskorte ist jetzt direkt über Abbeville gleich. Ja, da ist auch ein Kogel. Der Hauptverband fliegt ohne Jagd-Eskorte. Okay, ich bin jetzt, glaube ich, direkt über Abbeville. Theoretisch... Theoretisch... Sicht bekäme, ja. Direkt über Abbeville. Hauptverband fliegt wahrscheinlich Montpellier an. Neu-Position, Bertaldora, 9. Eine Rauchhund geschossen. Vom Hauptverband? Ne, von den Escort-Jägern. Wo bist du denn gerade mit denen? Ja, eben, wie gesagt, über Abbeville. Okay, auf welcher Höhe? 7.500, mindestens. Boah, okay, ne, das brauche ich nicht. Meldung ist, Bertha, Anton, 11. 7.000, äh, Kogelnd, bleiben da. Äh, die Kurven der 109 hinterher, die jetzt gerade in einer Kurve ist. Ich folge dann einfach dem Fluss, laufe in Richtung, äh, Amier. Jo. Dann musst du weiter südlich halten, dann müssen wir uns demnächst sehen. Ich bin jetzt auf Hallo 50, 52. Ja, ja, das ist wirklich ganz schön. Aber aufpassen, wir sind mit, äh, 90% Wahrscheinlichkeit Wellington-Bombe. Wenn du die angehst, die sind, äh, haben eine gute Abwehrbewertung. Okay. Ja, also schnell bleiben und am besten von der 3 oder 9 Uhr angreifen. Also auf jeden Fall nicht von hinten. Vorne kann natürlich, geht natürlich auch. Ich kann ja ein einzeln, kann ein Kack, der mir entgegenkommt. Hm. Auf meiner Höhe, äh, wer ist noch mit uns oben? Bist du gerade auf Hallo 60? Ich bin jetzt auf Hallo 56, ja. Fliegst du gerade immer noch so im Klang der Küsteninie im Inland? Ja. Achtung, neue Meldung. Feinverband in Bertha-Dora 9, beziehungsweise Bertha-Dora 8, äh, wechselt Kurs. Mehr Richtung Süd. Na ja, als ob die, als ob die Dezis vor mir abhauen würden. Furchtbar. Ja, ich bin nämlich kurz vor Amiens. Dann, äh, werde ich, ich bin jetzt wahrscheinlich in Bertha-Dora 10. Flieg mal direkt südlich. Hört mal Bescheid, wenn er weiß, was die da veranstalten. Och, nee. Was los, Kühler kaputt gemacht? Ähm, es ist noch keine Schadensanzeige da, aber ich, meine Maschine ruckelt ziemlich rum. Vermutlich Motor kaputt. Ja, überdreht. Temperaturen sind bei 87 Grad, 90 Grad. Nee, du hast einfach, du hast die Drehzahl so hoch gehabt. Okay. Wie hoch warst du mit den Drehzahlen? Ja, bei ungefähr 23, ähm, 23, 24. In der E1 warst du vielleicht schon bei 26. E3? E3, dann wird das eigentlich keine Probleme geben. Hast du die Schadensbildung vom Wasserkühler übersehen? Nee, dann ist er ja... Warte, ich kann nochmal das Fensterchen anklicken. Ach, du meinst den Einzelflieger, der hinten dran ist, den willst du angehen? Okay, dann gehe ich den linksaußen von dem letzten Dings hier an. Ich gehe sie mal direkt von der 6 an. Also die Schützen haben eigentlich bisher nichts gemacht. Ah, das schätze ich nicht. Kann auch mal schicken. Okay, frontal reingegeben. Warte ich mal eben, bis Mr. Boardschütze hier seinen Job gemacht hat. Jetzt... Einer von den Bombern dreht weg. Ja, der ist der, den ich gerade draufgegeben habe. Ich glaube, der hat keine Lust mehr. Ja, kann gut sein. Oh, eine Rauchhund geschossen. Ich glaube, der springt gleich ab. Ja, drückt an. Geht runter. Ich habe leider keine Kanonen mehr. Ja, ich habe auch einen... In einem Triebwerk Wasser, in einem anderen Öl geschossen. Damit dürfte sich der auch erledigt haben. Ja, ich sehe gerade eine 109 reinkommen. Ja. Bist du, oder? Ne, ne. Ich bin ja eine 110. Ja, stimmt, du bist ja eine 110, ja. Wow, was machen die Bomber hier? What the fuck? Einer hat gerade so richtig angedrückt. Ja, der hat eben das Schöne, als er gerade geschossen. Okay. Ah, ich sehe dich jetzt reinkommen. Boah, ich habe mehr Abschlüsse als du, Karaja. Was war los? Ich habe ja auch mehr Munition, als er. Okay, das ist eine Möglichkeit, ja. Das stimmt. Ah, Karaja, ich habe übrigens festgestellt, bei den Gai-Abschlüssen musst du mal definitiv, bevor du nachbesprechend schreibst, immer in die Statistik gucken. Weil beispielsweise bei mir... Oh, eine Wellington-Guard, die sind Flammen aufgegangen, sehr schön. Ja, die 109, die inbrennen geschossen. Ich gehe die letzte noch von der 3 Uhr mit dem Gai-San. Ja. Der Schützer lädt gerade das letzte Magazin rein. Ich nehme es auch auf Video auf, da musst du ein Ace-Video von drehen, ist ja klar, ne? Ah, ich habe ein bisschen mit... Uh. Uh, Wahnsinn, what the fuck. Der Frontgunner hat mir jetzt auf einen Kilometer noch etwas nachgeschossen und getroffen. What the fuck. Ich habe so noch Leuchtspur mir hinterherfliegen gesehen und dann hat es jetzt sogar ein paar Einschläge gegeben. Ist klar, wenn ich von hinten rankomme, trifft er nichts, aber wenn ich dann auf einmal vorne bin und mit viel Geschwindigkeit davon ziehe, trifft er auf einmal. Okay, der letzte geht auch runter. Noch irgendwelche Feindmeldungen? Ich glaube nicht mehr. Luca, wo wären meine Schadensmeldungen geschossen? Er hat ja oben links in dem Feld, oder? Es kommt auf an, wie du die Info-Windows eingestellt hast. Ja, das ist links oben, aber da ist bei mir kein Schaden dargestellt. Musst du schauen, Vehicle System Damage, oder irgendwie sowas. Nee, da steht gar nichts. Motor läuft auch immer noch, ich bin jetzt gelandet irgendwo hier. Oh, Weapon Damage. Okay. Ja gut, ich lasse von dem ab. Bevor da noch etwas Grüberes passiert. Da sind noch zwei Kontakte. Oben, die sind unsere Rotte, die höheren. Okay. Ja, ich sehe vier Maschinen. Ihr seid frei da oben, wir müssen mal irgendwas machen langsam. Generalkurs der Bombe. Okay, ich ignoriere die Spittys, die sind im Moment nicht an den Bombern dran. Ich gehe wieder zu den Bombern zurück. Ich beschäftige dich, bitte mal. Victor. Ja, eine von denen stürzt weg. Ich fliege wieder zu den Bombern zurück. Ich brauche schon mal den Bomber Generalkurs. Das ist immer noch dreimal. Zwischen 300 und 330. Ja, super gesehen, super gemacht. Läuft gut. Ja, denk dran, die werden jetzt noch Leute nachholen. Mhm. Karajan, ich häng mich an dich ein bisschen. Ich gehe gerade runter auf zwei Spittys. Ich habe jetzt zwei Spittys, die den Bombern folgen, in der langen Sex. Die Burkets dann? Ja. Ich stütze gerade rein. Victor. Wir mennten noch mich, glaube ich, bei den Bombern, wirklich nicht zu sehr. Habt einer Speed draufgegeben, hat Wasser. Da ist noch eine zweite Maschine, eine Hurricane. Habs gesehen, ja, ja. Gehst du die Hurricane an? Ja. Speedtisch jetzt runter. Ich kann noch mal rein, aber eigentlich, wenn du, kommst du schnell genug ran, oder? Ich komme von hinten, ja. Weil ich komme jetzt eigentlich auch direkt ran. Bin schon dran, wieder an der Maschine. Nein, bleib noch, bleib noch. Okay. Komm hinten rein. Ja, sieht gut aus. Ja, schön. Schöne Treppe auch gerade. Habe draufgegeben. Ja. Hat Öl. Ihr seht die Bomber, gell? Ja. Oh, ja, ich stehe. Ja, ich gehe auch wieder hoch. Ich stehe geradeaus hoch. Die Hurricane geht runter, ich glaube, eigentlich habe eine E4 direkt unter mir, bist du das? Das bin ich, ja. Okay, Victor, ich ziehe wieder hoch mit Vollgas. Ja. Ich habe mich umgeguckt, das gibt es gar nicht. Freiberg, meinst du der Status? Freiberg. Ja. Status. Oder fällt auch, ich bin an die andere Piste. Wie hoch ist es gerade? Wie hoch ist es gerade runter? Wie hoch ist es runter, über den Bomber aus Kondens? Viererhalb hoch bin ich. Mal suche, über Wasser rauszukommen und dann rauszuspringen. Wie lang saß der? Ja. Für den Blendcat. Wir haben wieder hochgezogen. Wir waren zwei Kondens, also die kamen runter und dann haben wir jetzt wieder hochgezogen. Das waren wir kurz. Ich sehe 209 im Luftkampf mit einer Speedtio, vielleicht 50. 55. Wo? Nochmal? Äh, Gott, wo ist das? Das ist ein bisschen nord, gutes Stück nord, nördlich von Wilmington. Hier, hier, dazu? 55, circa. Danke. Ich denke, die Bomber brauchen noch so sieben Minuten bis zur English Point. Victor, wir warten an der. Seid ihr auf der 5 Uhr, Katz? Negativ 3 Uhr, eher 2 Uhr. Okay, Victor? Okay, Hurricane ist durchgestürzt. Video auf 70, auf 5 Uhr oder Bomber. 1 Kilometer entfernt. Wo bist du, du, in der 11. Bomber? Ähm, Victor? Hurricane Wasser geschossen. 69. 60. Weitere 109 auf meiner. 11. Sehr berührende. Du, mitst, dass sie füße. Ich habe zwei Kontakte auf meiner 11 Uhr, Richtung East Church, leicht unterhalb. Ich schaue ich mir mal an. Victor? So, zwischen Lim und East Church. Berührende. Ah, jetzt nicht einen zweiten Kontakt. An der Küste noch. Zusätzlich. Der Vorderer dürfte ein Hurricane sein. Und eine Spit, Hurricane und eine Spit, südlich East Church, auf 50. Und eine Spit, Hurricane und eine Spit, südlich East Church, auf 50. Okay, hinter uns ist alles frei. Ja. Die Spit zieht gerade hoch, ich setze mich hinter die Hurricane. Victor, ich versuche direkt die Spit anzugehen. Ich ziehe da hoch. Ja, haben uns gesehen. Zieh wieder hoch. Du ziehst hinter mir hier, oder? Victor. Ja, Victor. Gut, ich bin Oberhaus. Das war doch noch ein schöner Schläucherabschluss. Ich komme noch mal auf die Hurricane rein. Die ist jetzt schön. Äh, bei der Wolke. Äh, kurvt herum. Ich gehe drauf. Vorsicht, die Speedy ist auch noch in der Gegend. Die Spit versucht gerade zu steigen, so wie das aussieht. Wie lohnt? Hannes, auf Halle 75, über Gartenzaun, gut Anschluss, wo soll ich hinkommen? Ja, du gehst gerade Richtung der Spitze hier. Aber ich sehe die leider nicht mehr. Ja, die ist durchgestützt. Ich übermorgen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020